Maximilian Schaafroth, Parteitagskoordination CSU. Hallo. Hallo, hier ist der Batsch aus der Blas-Kabelle. Hast du vorher in der WhatsApp-Gruppe geschaut, wie haben wir unsere Gender-Witze-Gruppe? Das läuft schon wieder heiß, hast du. Mit dem Joachim haben wir die ganzen Straßen eingeweicht mit Lösemitteln, dass sich da keiner hinpappt. Können Sie bitte ein bisschen schneller fahren? Ja, danke. Das ist wirklich Großkampftag, das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese Verantwortung, die man da trägt, auch ... Ja, Wahnsinn, das glaubt man ja nicht. Ha, ha, ha. Nein, nein, nein. Mein Name ist Maximilian Schaafroth, ich bin der Organisator des CSU-Parteitags. Und es ist eine Aufgabe, die mich mit ganz, ganz großem Stolz erfüllt. Ja, grüß euch Gott. Servus. Ja, herzlich willkommen. Ja, grüß euch Gott. Ja, grüß euch Gott. Wie, dass ihr da seid? Ja, freilich. Ja, heute müssen wir noch mal powern tun. Ja, logisch. 50% plus X heute. Grüß euch Gott. Stimmt gut ab. Wenn der Markus spricht, laut applaudieren. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich bemühe mich. Ich bin ja heute nicht zum ersten Mal da, wir kriegen das hin. Ja, das ist unser Lounge-Bereich, der Lounge-Bereich für die Youngsters zum Relaxen. Kurz ein bisschen in der Lounge flätzen, zeigen, dass wir auch cool sein können. Die Junge muss alles erklären, du. Ja, grüß euch Gott. Grüß Gott. Servus. Der ist mit dem Elektrofahrrad hergefahren. Wir haben ein Team vom Norddeutschen Rundfunk. Da zeigen wir als CSU mal, dass wir grün sind. Wir brauchen die Grünen gar nicht zum Grünen sein. Was macht der Grüner auf einer bayerischen Brauchtumsveranstaltung? Zuschauen. Wart schon abfallen. Wart schon abfallen. Ich sag's dir. Ich hab gestern zweimal im Bundestag geredet. Zum Klimaschutz und zum Wolf. Hab ich mir da schon angeschaut. Den Wolf schießt man über den Aufentur. Wir müssen auf jeden Fall die Bestände ein bisschen reduzieren, weil die Akzeptanz lässt nah. Da brauchen wir bessere Gewehre nicht wahr. Und da kommt der Hubert ein, wenn sein Bruder wieder ins Spiel. Den Hubert, den brauchen wir nicht. Wir machen selber die Politik. Jawohl, weg mit dem Wolf. Ohne Hubert bin ich voll bei dir. Ich sag's dir. Bis später, gell. Habt ihr das große Besteck dabei? Die großen Geräte. Da, wenn er einen Reis bringt. Ich hab eine kurze Frage. Ich bin auf der Suche nach ein paar Jugendsünden von Herrn Söder. Wissen Sie da was? Haben Sie da was? Wir waren ja in der JU. Wir waren ja ständige Kollegen. Aber auch Wettbewerber. Ist das die Jugendsünde? Ja, wer hat sich gebettelt, wer mehr Asylbewerberheime verhindert hat. Bei ihm waren es zwei, bei mir waren es drei in der Gemeinde. Sind Sie stolz drauf? Aber hallo. Herzlichen Glückwunsch. Mensch, heute müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen. Absolut. Die Bundespresse da und da. Also die Bundespresse. Da müssen wir ein bisschen weltweit ausgesprochen. Korrekte Sprache, korrekte Sprache. Über Satellit, ja. Ja, ja, klar. Der Herrmann darf das N-Wort nicht sagen. Müssen wir immer noch sagen. Wir machen alles politisch korrekt. Hey, wenn der Joachim nicht neidabt. Aber nur noch heut, ja. Wenn der Joachim nicht neidabt, wo ist denn der HFZ? Ja, so ist das heut. Joachim, grüß dich. Servus. Zusammenreißen heut, gell. Nicht das N-Wort sagen. Bis später. Und wenn der Markus redet, zuhören, gell, nicht reinreden? Klatschen. Immer klatschen. Klatschen. Klatschen, Freunde. Klatschen. Kamera weg. Klatschen. Theo, klatschen. 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 Ja, der Markus. Ein großes Vorbild. Der Markus kommt. Das ist nicht mein Vorbild. Ich bin seins. Ich bitte dich. Das ist der Unterschied. Also Theo, ich bitte dich. Ja. Das ist der Messias, der Konservative. Hör doch auf. Markus Söder. Unser Erlöser. Markus. Mein guter Freund. Ich hab ein ARD-Team dabei. Die haben einen Katalog mit 25 Fragen. Du kannst nur drei beantworten. Reicht. Wir werden diese Wahl als fristlich-soziale Union gewinnen, liebe Freundschaft. Jawohl, da geht noch was. Markus. 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 Das war Kanzler-Like. Unser Kanzler. Unser Kanzler. Unser Kanzler. Unser Kanzler. Unglaublich. Ich bin ganz unerfreit. Das ist... Haben wir's geschafft, Freunde. Sind wir durch mit der Veranstaltung. Jetzt sind wir wieder unter uns. Jetzt können wir wieder reden. Prost miteinander. Jetzt auf mit der Filmerei da. So verrückte Fegel vom Norddeutschen Rundfunk. Schluss jetzt. Hallo. Was an der Mediathek oft kritisiert wird, ist ja die fehlende Kommentarfunktion. Und mir ist das Feedback trotzdem wichtig. Also habt ihr jetzt die Gelegenheit, verbal zu kommentieren. Und zwar ab jetzt. Ja, das sind ganz wichtige Punkte. Ich nehme mir das alles sehr zu Herzen. Was wir daraus machen, seht ihr hier bei uns in der Mediathek. W seemed sicherlich ein kurzer Vaiشwerter. Ich hab die lange Zeit. Ich abonniert zaten. …und must warm sein Ort bist YOU.